Mein Liebenssag, ich stelle mir den so vor, Lieferando, Film gucken, Sex. Tja, wenn man keine Kinder hat und keinen Job, kann man das wohl machen. Sehr sympathisch und ich mag, dass das sehr so kommunikativ ist. Auch sexuellen Bezug, kommunikativ. Ich will dich küssen. Uh, Gina Gopfei. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, ich bin nach einem Kuss zu mir immer so, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Servus, Chambeil. 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 Wow, uh. Das gibt mir irgendwie so 16er-Party-Vibes und Tequila ist irgendwie involved. Involved. Natürlich 18, meine ich. Und dann passiert so was, dass man so knutscht über eine andere Person drüber. Du bist so, oh, ähm, shit. Uh. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Abonniert doch meinen Kanal, um das ganze Video am Sonntag um 18 Uhr nicht zu verpassen. Also, ich bin so, 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 ich bin so.